Es ist weiter nach dem Finale, also harte Gegner hier, der Finne auch mit dabei, aber wir achten auf den Mann mit dem roten Leib halt. So, es raucht, es kracht, wer fährt sich ins Finale? Gleich werden wir es wissen. Ab geht's. Und auch hier gilt, wer später bremst, ist länger schnell. Okay, Martin Wienberger hat das rote Trikot in Blau, das ist klar, die Jutzel-Latte, die ja vorne weggeht, die Schleppskasse an, die Kette. Martin Wienberger auf das 2. Und der Kette hat den Kette und ihn nach außen. Wer hat den Zieg auf den Kette, die Jutzel-Latte, auf den 2. Und der Kette hat den Kette, die Jutzel-Latte angeschlagen, die Kette ist vorne. Aaaaaah! Wiener, wiener, wiener! Und der Zieg! Aaaaaah! Wiener!